Hallo zu Rasant am Freitag. Herzlich willkommen. Heute unter anderem bei uns das Duell um die Welt. Leonardo DiCaprio gegen Präsident Donald Trump. Es geht um nicht weniger als die Rettung unseres Planeten. Dazu dann später mehr bei uns. Es ist wohl nur dem beherzten Eingreifen eines Mannes zu verdanken, dass hier die ganz große Katastrophe doch noch verhindert werden konnte. Im Garbsen bei Hannover ist ein Linienbus ausgebrannt. Wie das überhaupt möglich war, das wird nun untersucht. Was hier passiert ist, klingt wie der Anfang von einem schlechten Scherz. Steht ein LKW beim Friseur. Es war dann verständlicherweise doch wenig witzig. Und noch ist auch nicht bekannt, warum der niederländische Lastwagenfahrer nicht die Kurve genommen hat, sondern den Weg dann direkt ins Haus. In der Innenstadt von Delmenhorst ist das passiert. Und er ist der Mann der Nachrichten heute. Nicht nur aus der Politik kommen viele Reaktionen auf die Entscheidung von Donald Trump, sich vom Pariser Klimaabkommen abzuwenden. Auch viele prominente Umweltschützer haben sich gemeldet. Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Auch Arnold Schwarzenegger. Und sie alle eint der große Appell an ihren Präsidenten. Er möge doch zur Umkehr bereit sein, um unseren Planeten zu retten. Am Wochenende werden sie sicherlich wieder losziehen und jeder hat sie schon mal gesehen. Und die einen finden sie super lustig und die anderen eher peinlich. Es geht um Junggesellenabschiedsfeiern, beziehungsweise dann auch gern die weibliche Variante, die es in so vielen Städten gibt. Kann man dagegen gar nichts machen, fragen sich viele. Doch, sagen nun einige Gastwirte aus Regensburg, die erste Stadt Deutschlands, die etwas gegen diese Partys unternehmen will. Dabei könnte man ja auch sagen, es geht doch hier einfach nur um Riesenspaß. Die, die jetzt kommen, die sind auch verkleidet. Mein ist aber ernst. In anderen Städten würde sich der eine oder andere vielleicht wundern. Beim Anblick derer, die gerade zu Tausenden nach Leipzig kommen. Das sind alles Fans. Nicht nur der Farbe Schwarz, auch der dazugehörigen Musik. Wie Gothic nennt sich diese Szene. Sieht ja so ein bisschen aus wie Fasching. Aber anders als die Outfits vermuten lassen, kommen da freundliche Besucher mit einer Botschaft und manche auch mit ganz ernsten Absichten. Wir kommen zu zwei Männern, die etwas ganz Besonderes verbindet. Diese beiden sind es. Es ist ein positives Beispiel zum Thema Organspende. Kaum ein Thema hat ja so gelitten in den vergangenen Jahren unter den vielen Negativschlagzeilen. Aber diese Geschichte von dem Deutschen Johann Achim Beißel und dem US-Amerikaner Larry Wilson, die zeigt, was man über Grenzen hinweg alles bewegen kann. Und heute sagen sie, wir fühlen uns wie Brüder. Bei uns wird heute viel geheiratet. Auch mal schön auf dem Freitag. Ja, schöne Geschichte verbunden mit einem Appell zum Ende. Prominent jetzt bei uns. Entspannter geht es eigentlich nicht. Bill Murray beim Lässigbesuch in Deutschland. Der kommt jetzt. Da ist er schon. Ein Auto wollte er doch nicht kaufen. Er hätte heute alle Chancen gehabt. Superstar Bill Murray war nämlich zu Besuch in Wolfsburg. Und der Mann ist ja schon, kann man sagen, so eine Art Dino der Showbranche. Immer entspannt, selbst wenn er eigentlich zum Arbeiten hier ist. Und der Mann, der hat, muss man wirklich sagen, immer noch Power unter der Haube. Das sah gemütlich aus. Dann hatten wir eine besondere Verabredung in Hamburg. Und zwar mit der Schauspielerin Nina Petry. Das ist eine Frau, die viel beschäftigt ist. Insofern haben wir uns gefreut. Gesprochen haben wir übers Muttersein und die Karriere. Und wie schwer das manchmal für sie ist, all das unter einen Hut zu bekommen. Das passt zum Thema ihres Films. Heute Abend im Ersten. Aber jetzt ist sie erst mal bei uns. Wie gut, wenn man das mit 81 Jahren sagen kann. Einfach schön weitermachen. Wir übrigens gern Dienstag wieder. Wir gehen mit Ihnen sozusagen ins lange Wochenende. Und ab Dienstag begleitet sie dann Camilla durch die neue Woche. Ein schönes Wochenende. Tschüss.